Was soll ich jetzt machen? Nicht schlagen. Will ich nicht schlagen? Was sagt, du stehst dort? Ja, tu ihn. Okay. Aber du musst deine Kiste neben meine Kiste stellen, sonst ist es keine Doppelkiste. Fuck! Ich hab das Bone aus. Gut. Du bist jetzt gequitt... Easy, ich hab gewonnen. Ich bin hinter dir. Da fahren. Das sieht schwarz aus. Ich bin... oh mein Gott. Ich muss übrigens auch mit dem Bogen mal schießen. Weil das sind die Partikel. Mit dem Bogen schießen. Okay. Au! Ich dachte wir fangen schon längst an. Schmeiß mal alles aus dem Inventarhaus außer das Schwert und der Bogen. Und die Luft... Warte, das ist Lava-Einbar. Scheiße! Warte. Ist das Wasser? Ne, das war Lava! Alter. Ja. Die haben Komplikationen. Ein bisschen, ja. Na komm, jetzt haben wir eine Schwindereme. Die kann ich mich nirgends anziehen. Du bist so unfassbar hässlich als Killermutter98, ne? Warte jetzt. Warte jetzt. Die Antwort. Warte jetzt. Aber ich bin doch schlecht in sowas. Das ist deine Idee, jetzt erhäng dich. Die Person. Warte. Warte. Ich will noch, dass du die Samen auch bitte pink machst. Ne. Ich hab dir ja gesagt, wie ich das dachte. So, oh mein Gott. Hast du das Peck gesehen? Das ist voll falsch. Oh, Alter. Oh mein Gott. Dieses Texturen-Paket. Das ist so unfassbar. Erektion over Inhuman, Alter. Bedenke. Dieses Schwert, Alter. Dieses Stay Weird mit der Eude ist so niedlich, Alter. Die Bogenpartikel sind so gottesgleich. Die Enderpelle ist hübsch. Ja, ne? Guck mal. Komm. Komm hier rein. Oh, die Kiste, man. Dieses Polaroid. Diese Polaroids sind krass, man. Die Farbkleckse, so sieht es jeden Abend bei mir aus. Und weiß. Dieser Feder hat Swag. Das ist sowieso das Beste. Das ist Whatever. Ohne Scheiß. Du musst mir das bitte vorzupschicken, oder? Whatever. Ich will es haben. Whatever. Dann auch hier der Enchantment. Und vor allem dieses Katzenkopf. Dieses I'm awesome ist super. Amboss. Also sowieso Swag. Auch wenn ich... Egal. Äh, ja. Äh. Ist cool. Und so. Jetzt die Suppe. Ja, ne? Obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mal so genauer hingucke, dann sieht es bei der Suppe so aus. Als wäre das Gedärme. Ein Gedärme. Ohne Scheiße. So unten sieht es so aus, als würde es einfach so ein Darm in so einer Soße schwimmen. Du hast was vergessen. Ja. Das ist Feuer. Und die Fackel. Du hast die Fackel. Und 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 die Fackel. Ich weiß nicht. Das fällt voll auf das Pinkt ab. Wenn Sie muss halt im Game fahren, die Fahrt mit der Runde zu Spiel werden. Hä? Hä? Achso. Ja, ja, ja. La la la. Oh, das Premium Bruder! Ich schwirre. Ich habe Angst. Oh! Eine Werkbank! Achso, ja stimmt, ich habe ja den Textgepäck drin, äh, hat, hat was. Guck mal, die Facke ist pink. Oh, ist das, oh, ist das hetero. Diese Farbe, diese Farbwahl so von pink ist, das ist cool. Mhm. Das gefällt mir. So, mal gucken, was ist denn sonst noch so fein, dass Kirsten gar nicht reingucken wird. Hier oben. Rufen. Boah, ganz schlicht, ganz, ganz simpel, das ist okay, das ist okay, es ist, es hat ne Aufenthaltsberechtigung. Start. Ja, das kann's nicht sein. Ja, ich bin YouTuber. Ja. Ich bin Administrator. Mhm. Mir gehört der Server, ich hab Geld. Ich hab halt ne Runde IC1 aufgenommen und einfach nur geredet, war halt voll langheilig. Hä? Dein liebliches Klänkchen, äh, dein liebliches Stämmchen im Klamm kann man auch mal vertragen, so. Guck mal, get on my level, ich hab alle Kisten hier für mich, geh weg. Das ist das Swag. So, jetzt kann ich mir mal gleich deine Waffen anschauen, da. Du, oh, da war, oh Gott, achso. Ja, ja, ich will schon. Okay. Oh Gott. Ich kann das Spiel noch. Achso, auch stay weird und das Goldschwert ist gar nichts. Wieso macht niemand was für ein Goldschwert? Ich hab auch nichts auf dem Goldschwert. Ist da echt nichts drauf? Ja. Toll. Hä? Bei dir? Ne, lol. Da ist wohl jemand einem Fehler unterlaufen, ne? Mhm. Krauten gehen vorrang. Krauten sind Augentraining. Augentraining ist gut. Ah, da ist so eine Kiste im Wasser. Was hast du für ein Problem? Hier ist auch eine Kiste. Wow, krass. Leder. Die Kiste ist cool, da mit diesem Bild mit dem Bogen. Alter. Blitzig hast du Kleidung und dann bist du mir völlig fremd. Hä? Ich bin eh besser als für ein PvP. Das ist so eine Lüge. Du bist ein Bogen? Äh, ne. Ich bin besser am PvP. Guck, hier, pass auf. Okay. Der hat ja fast volle Eisen oder so. Oder bilde ich mir das ein? Guck, wer ist hier besser? Aua! Warum steckst du mich eigentlich? Hab ich? Ja! Ich hab ein Eisenschwert. Ich hab ein Bogen. Ich hab ein Eisenschwert. Okay, hab ich. Scheiße. Dann hab ich doch kein Eisenschwert. Ich dachte, ich hätte einen Stick. Kannst du es dir mal ein Schwert angucken? Nein! Nein, das nimmst du nicht! Ja. Hihihi. Komm da. Oh, das ist ein Anker. Oh, das war jetzt auch hübsch. Ach, Täuschung. Was ist denn da? Keine Ahnung. Ich versuche gerade zu zünden. Du sollst da nicht runterspringen. Hä? Ist doch alles safe. Warum eigentlich? Ist doch Wasser oder nicht? Ach, das ist Lava! Das ist im Peck Pink! Das ist für Wasser! Hau auf! Echt? Ja! Ja, easy, ne? Guck mal, ich hab sogar einen Schiefen entwickelt. Willst du mich verarschen? Ich dachte, das ist mein Wasser! Das kommt man irgendwie nicht durch. Das ist auch in der Kiste. Hä, bist du low? Das ist Gras, das ganze Abbau, sonst weiß ich's sogar noch. Und ich hab das Spiel Monate nicht mehr gespielt. Ich bin doch schon da. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das ist voll ein... Nein! Achso! Ich dachte... Nein! Was? Wo bist du? Hallo? Aileen! Bist du da? Hallo! Aileen! Übrigens, hast du gesehen, dass mein Kurs hier nochmal ein YouTube-Banner ist? Ich glaub schon, ja. Du glaubst. Ich weiß nur, dass dein Profilbild du mit diesen richtig swaggigen Haaren bist. Ja. Das find ich immer noch super, das Bild. Oh. Oh. Wow. Hä? What the fuck? Wo bin... Hä? Hallo! Hi. Hä? Ich bin grad auf der Seite rein, auf der... Ah nein. Danke. Was fassest du vor? Ich war doch den Za... Pfff, Alter. Ich hab schon einfach den Instinkt, dass du mir wehtun willst. Ich hab grad eine richtig komische Lippe gel... Oh mein Gott, die tausend sind die Hohrensöhne, spring! Rüber! Aileen? Oh mein Gott, du wirst so sterben. Ja. Der hat auch überholtes Leben. Ja, der hat auch ein Gold aufgeflossen diesmal bei uns. Aber... Die haben... Die Opfer. Was ist das? Ich hab die... Oh. Oh. Die waren schnell. Schon vergessen? Bist du so alt geworden? Ja. Ich bin alt. Okay. Ich war halt echt schwarz. Lass mich nicht alleine! Lass mich doch in Ruhe! Du bist ein Supporter, du darfst mich nicht alleine lassen. Doch! Nein! Doch! Nein! Die ganze Zeit irgendwie versucht dir das Team zu verarschen. Du bist... Du bist zur Abschauung. Geh weg! Nur weil ich häcke? Ja. Hacks zu testen. Hä? Ja? Nein. Irgendwie nicht so. Doch! Ich schwör dir, ich geh das ins Server. Was? Walla, du schwörst? Ja, ich schwör's dir. Wie du schwörst? Auf was schwörst du? Jacqueline? 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 Hä? Unser scheiß... Para heißt einfach so, Mann. Er lebt ja noch. Er lebt doch jetzt gar nicht mehr oder weniger. Wenn er ins Server nicht hinkriegt, lebt er nicht, ne? Ne, aber wir waren ja für 85 und hatten einen Raptor. Merkt ihr das? 85 und Raptor. Und den Bronto, den Bronto darf ich definitiv nicht vergessen. Der Bronto war super. Und den Spino und den Arca und so, ne? Ja stimmt, den Spino hatten wir ja gezähmt, ne? Ja, sogar 2. Hä? Ja, stimmt der eine, der war schwarz, ne? Ja. Voll racist, den will ich gar nicht mehr. Und den weißen T-Rex waren wir grad dabei, den zu sehen. Stimmt. Und der Giganotosaurus, Alter, der war ja richtig easy, ne? Wo wir hochgeflogen sind, Alter. Den haben wir auch gehabt, Alter. Ja. Der Sattel hat dann noch ein bisschen gedauert, aber jetzt hatten wir das Level, aber hey, das Server ging halt down, ne? Und dann so ein Riesenbase aufs Eisen. Oder Metall. Ja, ist so. Drachen auch, ne? Ja, ja. Hey, der Drache ist sowieso mächtig. Wir kommen jetzt eigentlich von Hecken auf Art. Hä? Keine Ahnung, ich hab irgendwie gesagt, glaub ich, dass ich einen langen Penis hab, dass wir auf Bronto gekommen und Bronto kam halt auf Art. Das war halt voll der Plottwist. Mois! Warum läuft die Aufnahme noch?